Sommer natürlich. Also wenn es nach mir gehen würde, ist ja so ein Ziel seit, ich glaube, gut zehn Jahren oder so, dass ich den Sommer hier verbringe und vielleicht noch den Herbst und dann spätestens so Mitte, Ende Herbst irgendwie zusehe, dass ich abhaue und den Winter ganz woanders überstehe. Aber ansonsten Frühling, Sommer und so ein Stückchen noch vom Herbst finde ich super. Aber ich brauche es warm.